Book 2 33 Im Bahnhof Wann fährt der nächste Zug nach Berlin? Wann fährt der nächste Zug nach Paris? Wann fährt der nächste Zug nach London? Wann fährt der nächste Zug nach London? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Warschau? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Stockholm? Um wie viel Uhr fährt der Zug nach Budapest? Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Madrid. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Prag. Ich möchte eine Fahrkarte nach Bern. Wann kommt der Zug in Wien an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Moskau an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Wann kommt der Zug in Amsterdam an? Muss ich umsteigen? Muss ich umsteigen? Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Von welchem Gleis fährt der Zug ab? Gibt es Schlafwagen im Zug? Gibt es Schlafwagen im Zug? Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte nur die Hinfahrt nach Brüssel. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Ich möchte eine Rückfahrkarte nach Kopenhagen. Was kostet ein Platz im Schlafwagen? Was kostet ein Platz im Schlafwagen?